so ich habe zu schmieden wir sind die schwarze Schmiede und das ist nicht mit ihm immer so als würde die der Punkt stand doch da steht der Wahnsinn die Welt der Götter das ist nicht das der Stuttgart die schwarze Schmiede du hast recht ja ausnahmsweise ne lieber von Oswald das hat er n ich glaube hier ist das mit Prozent übernommen wir wollen auch schon gut ich habe es auch nicht die leichte lexieren mich hat nun nicht und so schön in die schau ich habe mich verstanden warum man hier diesen Trash von Zinsen der Träner oder was auch immer so und auch schon so warum das ist hier auch nicht n da doch nicht damit zu viel Geld schon schon damit mal länger spielen ja hier ist der Hörner wir wollen auch und die Berg gelingen jetzt nicht an die Seine Sonne Zeit das ist ja in Englisch aus aus? aus? das ist im Helik ok Spuk in die Hände und reparier den Stanzer ein Keifel oder so? oh ja well das ist ein Witz in der Sperre los gehts eure Knochen mal liegt zu stau Knochen Schi mach ruhig Knoot Franzog Hansgaren ich muss nur Wotern und Wotern und Wotern und Wotern ich muss nur Wotern und Wotern und Wotern und Wotern die Grummen wieder ich glaub im Englischen sagt er bestimmt Albie Berg Scheiße das ist so ne die sind zu breit manche absichtlich von diesen Platten es ist aber so komisch wenn das sich da bewegt und da das ist ja wie wenn man an der Bahn Wannhaltestelle steht und ne Zug kommt und du guckst ja nach unten und dann bewegt sich der Zug du stehst aber und das ist so ein komisches Gefühl das Wettbewerb die ist so fertig wir sind verändern Alter Auro ich hab ein Stempel bekommen für den Stempel Echt jetzt? Schon wieder! Wer soll einfach hier? Ich finde, vor kurzem war es irgendwie so, da hat man nichts bekommen. Kommt in den Mitstand oder vielleicht durch mich? Ich glaub nicht. Es war jetzt viel. Also Heilung kriege ich auch nicht wirklich, oder? Hm. Alter. Ja. Voll am Zock. Geister Pflanzer. Hat der nicht da oben? Ohne, ohne. Das ist ja schön. Rundumtreter. Was grinst du? Ja. Wir sind eigentlich die witzigsten Bosse da. Schade, dass sie nicht mehr davon haben. Ich hab kein Sinn. Ich hab kein Sinn. Hm, hm. Ich bin ein traininend. Woh! Woh, ja! Oder die ne hier, ne? Hm, ich höre das auch ständig. Sergius. Sergius. Der unermögliche. Oh. Ja. Und. Autsch! Come on! Glutschwandendwind. Glutschwandendwind. Das klingt fast wie sie entschlacken. Ah ja. Ja auch. Entschuldigung. Oh ja, ja. Nee, das war der andere. Von den vielen, die hier gerade sind. Geh mal weg. Mann, Alter, geh weg. Geh mal weg, Mann. Mein Platz. Geh mal weg. 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 Peh, Peh, Peh. Peh, Peh. Peh, Peh. 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 Sag. er hat wenn ich mal eine Runde wir haben so viel Wert die kann man mal richtig toll verkaufen und so letztens waren die kann nicht so teuer das war sarkastisch gemeint ach so ach so ja ja ach so er hat mich übernommen so will er sich in den richtigen müsste er übernommen in die Zeit und zwar zu erinnern Kronung ich habe auch gut los vor schon wieder ein jäger ausführlicher alle erzuteten woher die einstellt hier zu langer gewartet hier haben keine Bedürfung und alter verliert es schnell leben ja uns los vielleicht doch das gleich den Knie nicht nun jetzt wird es wohl ein bisschen langsamer, weil Hysterie outklinkt Autsch Hände, komm ja, Botschafterling jetzt kannst du Arschkarte Arschkarte, eine hab ich gesagt so, ja, mehrere gleiche gesundheit ich hab noch, als ich aufgekommen habe ich noch so einen Stein verwendet coole Sache, echt ist geil was für ein Pissheiler, echt rausschmeißen, die Sauer was für ein Scheiß, ey ich glaub, bei dem bin ich noch nie gestorben normalerweise, also als wir gute Heile dabei hatten jetzt macht den kaputt da und dann retten mir, Scheiß weg das ist ja scheiße ja heiler, mach deinen Job mit dem Job äh, die gehen jetzt nicht alle raus, oder? ne, offensichtlich doch ne, wiederbeleben und du danke ohne der Hyperverstärkung hyperverstärkung ne, das heißt ja so oh, wieder 206 Gold abgegriffen 200 äh, so ist die Karte weiter geht's